Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Der Boden ist so hart, du kriegst da keine Spur reingefahren. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Kaputt? Was denn? Gehen wir die hier auf oder sollen die rausziehen? Erstmal spannen, das gibt mal die Reifen. So ist der Kugel gefahren. Und das funktioniert. Kann ich irgendwo was festhalten oder so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So kannst du auf jeden Fall das Wochenende noch weiterfahren. Kann ich mal irgendwo hier mit Anhebung oder so? Ja. Ja, soll du probieren. Ja? Ja. Fahr mal hinterher. Falls du liegen bleibst, dann... Versuch auch mal. Ja. 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 Bring up my hand, bring up my hand, bring up my